und zwar was ich euch zeigen möchte ist die ultimative aufwertung auf sechs sterne monster warum ultimativ und zwar ich werde jetzt auf ein sechs sterne monster so aufwerten indem ich alle monster des selben typs verwenden werde so deswegen heißt dieses video das ultimative aufwertung der ultimative awakening to the six star monster has began lässt weil es ist mir schon ein paar mal vorgekommen dass ich einfach so aus dem nichts beim bewegen aus ist in einem nützigen habe in der nacht immer direkt ich weiß ganz nicht ob ich ein schick davon vier von denen hatte ich hundertprozentig gehabt und gerade ich weiß doch dass ich schon drei stück hatte zwei hatte ich drin naja gut dann klappt das nicht so wir machen mal den so seht ihr so so habe ich diesen fehler auch gemacht und so habe ich aus dem allen wahrscheinlich jetzt gerade gelöscht das gibt es ja nicht gerade den ist das nicht naja halb so wild dann machen wir es an dem jetzt so ihr seht nur so einen kleinen kurz natürlich das tut mir jetzt wirklich leid also darauf habe ich auch nicht klar so ist es natürlich besser für euch so und zwar na mit sound mit sound so der ultimative awakening of a 5 star monster to a 6 star monster hört sich weiter Ich muss mal ganz kurz noch mal schauen, ob die Fertigkeiten jetzt vollkommen sind. Ah, ok. Gut, damit ich die noch vollkommen mache, kann ich das hier noch... So... Was? Keine mehr? Nööööö, was soll die Scheiße? Guter Leben nicht. Ähm, now we can... What can we do now? We can do that. Ähm, und zwar... Habe ich noch gut Damage? Ja, ein bisschen, geht schon. So... Das wollte ich mit euch teilen. Dauere einen Moment. So... Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da ist er. Guck, schaut man die Beutehänderung an. Echt krass. Ich bekomme schon, glaube ich, fast dadurch schon... Also mit Level 14 habe ich schon, glaube ich, von den Steps her alles mehr wie davor. So... Also... Schauen wir uns mal weg mal an. Okay, mit Level 14 habe ich schon 1090. Und mit 5 Sterne Maximallevel hatte ich Attack... Was? 1651 schon? Also... Das habe ich gemeint, weil... Mit 5 Sterne... Hatte ich mal... Hatte mein Start schon 1200 noch... Ne, okay, sag mal 1300. Aber die 1200 erreiche ich schon in ein paar Level gleich, denke ich mal. Ja... Also die Werte ändern kann man ja mal so anschauen. Und zwar... Ich mache es mir jetzt mal so, ganz kurz. Ja, mit Level 24 habe ich schon 1400. Habe ich schon mehr... ...wie davor. Krass. Okay. Jetzt nicht, dass irgendwie ein Fehler passiert oder so. Alles klar. Das war es auch dann schon für heute. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!